So, ihr habt wahrscheinlich gerade Ü10 gemacht und hier kurz die Auflösung. Also ich zeichne es einfach mal vor. Als erstes habt ihr mal den Kreis konstruiert, das heißt Mittelpunkt machen und einen Kreis mit dem Radius 4,5 cm konstruieren. Im zweiten Schritt solltet ihr zwei Durchmesser einzeichnen, die normal aufeinander stehen. Normal heißt rechter Winkel, das legen wir einfach hier diesen rechten Winkel im Mittelpunkt an und zeichnen den zweiten Durchmesser. Jetzt da sollen wir die Endpunkte der Durchmesser auf der Kreislinie markieren. Das heißt, es gibt nämlich vier Endpunkte, die markiere ich mit einem Punkt. Im vierten Schritt solltet ihr in allen vier Punkten die Tangenten einzeichnen. Tangenten sollten kein Problem mehr sein, das heißt hier rechter Winkel anlegen und wir zeichnen eine Tangente, eine zweite Tangente, die dritte Tangente und die vierte Tangente. So, diese Tangenten solltet ihr verlängern, falls sie sich nicht bereits schneiden. So, und jetzt ist die Frage, welche geometrische Figur entstanden ist. Also, messt am besten noch nach, falls ihr es nicht ganz genau seht. Was hier nämlich entsteht, ist ein Viereck, das vier gleich lange Seiten hat und wo alle Seiten mit einem rechten Winkel aufeinander stehen. Dieses Ding hier heißt auch Quadrat, wie ihr hoffentlich wisst. Und das war es auch schon. Im siebten Schritt solltet ihr das Ganze jetzt da noch einmal machen und zwar mit einem Kreis, der den Radius 34 mm hat. Das sollte jetzt da eh schon ruckzuck gehen. Ich wünsche euch viel Spaß.